Wir wollen uns in dieser Videoreihe mit der Bioenergie beschäftigen, das heißt mit der energetischen Nutzung von Biomasse. Das sind also Pflanzen, ob das jetzt Mais ist oder Zuckerrüben, ob das Holz ist, um diese Pflanzen dann umzuwandeln in eine Nutzenergieform. Die Bioenergie bietet den großen Vorteil, dass sie alle drei Energiearten bedienen kann, nämlich die Stromerzeugung können wir gewährleisten, wir haben die Erzeugung von Wärmeenergie und wir schaffen es auch flüssige Treibstoffe herzustellen, also Biodiesel, Bioethanol, sodass wir damit im Verkehrssektor aktiv werden können. Von daher ist die Bioenergie eigentlich eine sehr flexible Art der regenerativen Energiequelle. Und jetzt in den nächsten Videos wollen wir uns mit den Grundlagen beschäftigen, wie wir also Biofeststoffe, flüssige Biotreibstoffe und dann das Biogas erzeugen und verarbeiten können. Der Einstieg soll erfolgen, indem wir uns mal einen Überblick verschaffen über die Möglichkeiten der Energiebereitstellung aus der Biomasse. Fangen wir oben an, also was haben wir als Ausgangsmaterial? Das sind einmal die Energiepflanzen. Das sind also tatsächlich spezielle Pflanzen, die gezüchtet worden sind, um als Energiepflanzen zu dienen. Also das ist jetzt zum Beispiel der Mais, denke ich, die klassische Energiepflanzer, an die man denkt für die Biogasproduktion. Das ist jetzt also kein Zuckermais oder Futtermais, der man essen kann, sondern Energie-Mais hat tatsächlich so ein paar andere Eigenschaften. Der ist jetzt also nicht besonders lecker zum Essen. Dann haben wir noch Ernterückstände, auch die könnte man verarbeiten. Diese Ernterückstände, die bei der Verarbeitung in landwirtschaftlichen Betrieben entstehen. Mal schauen, dass wir hier noch ein bisschen schöner hier. Also Ernterückstände. Und dann haben wir noch als dritte Gruppe dann organische Abfälle, organische Nebenprodukte, werde ich das mal nennen. Also ich kürze das mal ab, organische Nebenprodukte. Das können jetzt Abfälle aus der Lebensmittelverarbeitung sein, also Fette zum Beispiel, fallen da drunter. Das wollen wir mal unter die organischen Nebenprodukte fassen. Bei den Energiepflanzen, dazu zählen wir jetzt auch Holz. Das heißt also Altholz aus der Holzindustrie, Holzreste, die würden dann eher in diesem Bereich der organischen Nebenprodukte fallen. Ja, dann aber auch tatsächlich die sogenannten Kurzumtriebsplantagen, also pflanzen, die, holzartige Pflanzen, die also schnell wachsen, die man dann hier in dem Bereich der Energiepflanzen sehen kann, die dann aber in einen Verbrennungsprozess gehen und nicht in eine biochemische Umwandlung. Der nächste Schritt ist nun, den wir machen müssen, ist, wir müssen diese Biomasse ernten oder sammeln. Das heißt, das ist jetzt so der große Schritt. Das heißt also, da haben wir ein Thema bei der Logistik, dass wir also diese Produkte sammeln müssen, transportieren müssen. Das heißt also, hier haben wir dann Themen, ich schaue das mal hier rechts daneben, das ist das ganze Thema Transport. Also wie kann ich jetzt Holz transportieren? Habe ich das mit dem LKW, mit dem Schiff, wie sieht es mit Gasen aus, mit Flüssigkeiten? Ich habe das Thema der Lagerung, inzwischen lagern, auch damit muss man sich nämlich auseinandersetzen. Und auch das Thema der Aufbereitung, also Reinigung zum Beispiel etc. Also das sind so Punkte, die man berücksichtigen muss. Das heißt, wir kommen uns hier von diesen drei Produkten, kommen wir jetzt hin zum Bereich Ernten und Sammeln. Ja, und dann haben wir aus diesen Produkten die Umwandlung. Da gibt es drei verschiedene Wege, wie man nun diese Biomassen umwandeln kann, um am Ende dann festen oder flüssigen Brennstoff zu bekommen, beziehungsweise Biogase. Da haben wir die thermochemische Umwandlung, die physikalisch-chemische Umwandlung und als dritten Weg dann die biochemische Umwandlung. Gehen wir es mal hier in unser Ablaufdiagramm ein. Also wir haben einmal die thermochemische Umwandlung. Thermochemische Umwandlung als einen großen Block. Dann der zweite Teil ist der physikalisch-chemische Prozess. Physikalisch-chemische Umwandlung. Und dann haben wir noch der dritte Bereich, den man wahrscheinlich am ehesten mit der Bioenergie verbindet. Das ist dann die biochemische Umwandlung. So, ich mache da mal einen Kasten drum. So, und bei diesen Prozessen entstehen jetzt unterschiedliche, oder es sind verschiedene Verfahren. Dabei entstehen dann am Ende unterschiedliche Arten der weiterverarbeiteten Biomasse. Also wir haben jetzt bei der thermochemischen Umwandlung, haben wir zum Beispiel die Verkohlung. Wir haben die Vergasung und das Verflüssigen. Ich mache mal hier so in die Mitte. Verflüssigung. Also aus diesen drei Prozessen entsteht dann eine Art der verarbeiteten Biomasse, nämlich aus der Verkohlung entsteht, wir nennen es mal Biokohle. Also das ist im Prinzip der Prozess, den wir auch aus der Kohle, in Rot, also aus der Erschung oder Entstehung von Kohle über Jahrmillionen beobachten. Über diese sogenannte hydrothermale Karbonisierung, also eine Beschleunigung dieses Verkohlungsprozesses, kann man Biokohle erzeugen. Das dauert dann natürlich nicht Jahrmillionen. Das ist also ein Weg. Wir haben die Vergasung, dabei entsteht dann Synthesegas oder nehmen wir das jetzt mal einfach Gas. Das ist ein weiterer Weg, den wir gehen können. Und dann haben wir noch die Verflüssigung. Dabei entsteht dann Methanol. Also ein Alkohol, der dann energetisch genutzt werden kann. Bei der physikalisch-chemischen Umwandlung, was haben wir da für Möglichkeiten? Wir haben einmal die Pressung. Das heißt also, dass wir Pflanzen nehmen, um diese dann zu pressen. Das ergibt dann am Ende Pflanzenöl. Also das ist ein ganz klassischer Prozess, der natürlich auch genutzt werden kann, um daraus dann einen flüssigen Brennstoff zu erzeugen. Also das ist der eine Weg. Und dann haben wir auf der anderen Seite noch die Umästerung. Die Umästerung nennt sich das dann. Da hoffe ich da jetzt aber gar nicht im Detail eingehen, was da passiert. Da entsteht, ich kürze es mal ab mit PME, also Palmöl-Methylester nennt sich das. Also PME steht für Palmöl-Methylester. Das heißt also, dass wir dann aus dieser physikalisch-chemischen Umwandlung wieder einen flüssigen Brennstoff bekommen. Hier führt auch die Linie von der Verflüssigung zum Methanol. Und dann, der dritte Teil, ist dann die biochemische Umwandlung. Was haben wir da? Da haben wir einmal die Alkoholgärung. Alkoholgärung. Dann haben wir den Aeroben- und den Anaerobenabbau. Also einmal Anaerob. Also der Ausschluss von Sauerstoff und den Aerobenabbau. Da haben wir wieder drei mögliche biochemische Umwandlungen. Machen wir auch einen Kasten drum. Was dabei entsteht bei der Alkoholgärung entsteht. Ethanol. Als flüssiger Brennstoff. Wir haben beim Anaerobenabbau und das ist so das, was man klassischerweise sich bei der Bioenergie immer ein bisschen im Hinterkopf hat, denke ich mal. Das ist die Herstellung von Biogas in einer Biogasanlage, also über diesen Weg, dass wir hier beim Ernten und Sammeln dann diese drei Wege gehen können. In die biochemische Umwandlung. Dann haben wir den Anaerobenabbau und haben dann das Biogas. Also kann ich auch das hier vielleicht noch ein bisschen schöner schreiben hier. Also das ist hier der... Moment. An... ...Aeroben... ...Abbau. So. Und beim Aerobenabbau, da entsteht dann direkt Wärme, das ist das Kompostieren, das was man vom Kompostor vielleicht von zu Hause kennt. Naja, dabei entstehen nun drei Arten der, ja, drei verschiedene Bioenergieformen. Wir haben einmal den festen Brennstoff. Dann haben wir den flüssigen Brennstoff. Und wir haben den gasförmigen Brennstoff. Also, schieben wir es mal ein bisschen nach oben, dann können wir es besser sehen. Also wir haben den festen Brennstoff, flüssiger Brennstoff und gasförmiger Brennstoff. Und jetzt, wie sind jetzt hier die Verknüpfungen? Machen wir das ruhig mal farblich getrennt. Also aus der thermochemischen Umwandlung, aus der Biokohle entsteht fester Brennstoff. Der entsteht auch, und das müssen wir noch einmal hochscrollen, natürlich aus den Energiepflanzen direkt. Also wir haben auch hier die Verbindung. Machen wir die Linie ruhig mal ein bisschen dicker, so wie man es besser sehen kann. Nämlich aber das Sammeln von Holz, ob das jetzt Holzreste sind, Altholz, Schnittholz aus der Forstwirtschaft. Auch dabei entsteht fester Brennstoff. Dann haben wir den flüssigen Brennstoff. Das ist einmal aus der thermochemischen Umwandlung das Methanol. Machen wir das mal hier in orange. Wir haben Pflanzenöle. Wir haben diesen Palmöl-Methyl-S, also PME. Auch daraus entsteht ein flüssiger Brennstoff. Und wir haben das Ethanol, das heißt, wir können auch hier nochmal weiterziehen. Das heißt, das Ethanol ist auch ein flüssiger Brennstoff, der aus der Alkoholgärung kommt. Das ist also dann dieser Pfad, in den wir dann hier gehen können. Und der dritte Weg machen wir mal in gelb. Der gasförmige Brennstoff, das ist einmal der Weg über die thermochemische Umwandlung, Vergasung. Da haben wir hier das Gas. Ich muss mal gucken, dass wir hier durchkommen. Wir haben hier dann diesen gasförmigen Brennstoff. Und aus dem Biogas entsteht natürlich auch, das ist auch ein gasförmiger Brennstoff. Das ist wie gesagt der klassische Weg, den wir dann gehen können. Das heißt, wir haben jetzt aus unseren Pfaden, die wir jetzt hier oben definiert haben, aus den Energiepflanzen, den Ernterückständen und den organischen Nebenprodukten, Ernten sammeln. Und dann haben wir ja entweder Verarbeitungsprozesse, um dann festen Brennstoff, flüssigen Brennstoff oder diesen gasförmigen Brennstoff zu bekommen. Na gut, und dann können wir diese Arten des Brennstoffs weiterverarbeiten. Entweder direkt durch Verbrennung oder durch eine elektrochemische Umwandlung. Das wollen wir uns auch nochmal angucken. Also schieben wir hier entsprechend hoch, damit wir hier Platz haben. Also der eine zentrale Weg ist die Verbrennung dieser Brennstoffe. Das heißt also, über die Verbrennung in einem Motor, in einem Kraftwerk, lässt sich jetzt der feste Brennstoff, der flüssige Brennstoff und natürlich auch der gasförmige Brennstoff weiterverarbeiten. Na ja, und was wir dann halt bekommen aus der Verbrennung, ist einmal thermische Energie, also Wärmeenergie. Die können wir dann nutzen, um damit Gebäude mit Wärmeenergie zu versorgen, Raumwärme, Warmwasser, aber natürlich auch Prozesswärme, das heißt, bei der Verbrennung ist das also der Weg, den wir gehen. Aus der mechanischen Energie lässt sich dann einmal die mechanische Energie, wenn wir das mal ganz genau aufdröseln, mechanische Energie, also durch den Verbrennungsprozess jetzt insbesondere gedacht, einmal an das Kraftwerk, wo wir dann durch die Verbrennung des Holzes zum Beispiel, die Biokohle ging natürlich auch, aber es geht natürlich dann primär um die direkte Verbrennung von Altholz, von Holzpellets, Hackschnitzeln zum Beispiel, die dann in einem Dampfkraftwerk eingesetzt werden, entweder das von den Kohle- oder Kernkraftwerken kennen, wir erzeugen Wasser, da haben wir mechanische Energie und aus der mechanischen Energie machen wir dann in dem nächsten Schritt die elektrische Energie. Denn das ist ja das, wo wir meistens hinwollen, das ist jetzt bei der Biomasse nicht zwingend notwendig, dass man am Ende die elektrische Energieform hat, sondern dass wir bei der thermischen Energieform stehen bleiben, weil wir sagen, wir brauchen Prozesswärme oder Raumwärme, dass wir bei der mechanischen Energie stehen bleiben, also Verbrennung von flüssigen Brennstoffen, um ein Fahrzeug anzuteuern, ein Auto, ein LKW, oder dass wir das dann nochmal in einem Kraftwerk umwandeln, in eine entsprechende elektrische Energie. Was uns dann noch fehlt, ist der Pfad, den wir hier vorne hatten, bei dem anaeroben Abbau, also hier entsteht thermische Energie, die jetzt Niedertemperaturenergie, die können wir jetzt nicht nutzen für Prozesswärme, aber aus diesem aeroben Abbau kann man theoretisch schon nochmal thermische Energie ziehen, wobei das jetzt nicht der klassische Weg hier außenrum ist, über den anaeroben Abbau, den wir jetzt hier haben, sondern bei dem aeroben Abbau entsteht einfach dann eine Humuserde, die man dann anderweitig in der Landwirtschaft einsetzt. In der Regel haben wir diesen Pfad, also aus Energiepflanzen ernten, sammeln, transportieren, aufbereiten, lagern, dann gehen wir hier über die biochemische Umwandlung, über den anaeroben Abbau ins Biogas, haben einen gasförmigen Brennstoff, den wir dann verbrennen in einem Blockheizkraftwerk oder einem Gaskraftwerk und dann diesen Weg haben der thermischen, mechanischen und elektrischen Energienutzung. Also das ist, denke ich, auch der große Vorteil und die Stärke der Bioenergie. Dass man alle drei Energieformen erzeugen kann, die Photovoltaik, die Windenergie produzieren auch elektrische Energie, die müssen wir dann wieder umwandeln in mechanische Energie, um damit mit dem Auto zu fahren zum Beispiel, das heißt, wir brauchen Batterien. Hier erzeugen wir thermische Energie über Verbrennungsprozesse, das ist so der Hauptweg aus dem festen, dem flüssigen und dem gasförmigen Brennstoff und haben dann hier den Pfad und können alle drei Energieformen nutzen, so wie der Bedarf ist. Und in dieser Videoreihe wollen wir uns jetzt mit diesen Pfaden beschäftigen, also insbesondere jetzt mit der Betrachtung der festen Brennstoffe, wir werden uns mit den flüssigen Brennstoffen beschäftigen und mit den gasförmigen Brennstoffen, wie stellen wir sie her, wir sind diese einzelnen Pfade, die wir jetzt hier sehen und was gilt es da zu beachten, um dann am Ende unsere drei Energieformen zu erhalten. Vielen Dank.